ja willkommen zurück zu uns auch bei mir ich sage nur als ja in der ersten folge haben wir die ersten 11 plus erstmals und abgeschlossen nicht zu 100 Prozent alles aber da hat er noch ein bisschen was für den Wiener zu wissen dass er so nimmt überhaupt schon wo letztes Mal die Aufnahme abgeschmiert ist das erachte ich ganz klar auf das rote Fremst du und das ist unser neuer Charakter den wir diese Wurzeln spielen und jetzt ist auch was ich kenne die Wurzeln von der SOS in einem anderen Spiel das ist das Recht sie meinen anderen Bekannten in die Gehen Halt Komendor-Video Fromm Bitt und er kann nämlich schweben da und wir haben hier unendlich leben das auch sie haben hin wie man das erste Mal jetzt wirklich kein Problem das ist jetzt das ein bisschen die Mutter da muss man mehr oder weniger im Schweden in Warte das für mich so und kann ich ankommen aber unten nicht nur da hast du urgeschrieben nicht mehr ab und gehört die Rechnern und weg dort ist neu und für so ausgesehen wie das geht bei ihm ist es nicht mehr die K abkürzelt noch das wollen die Zander so wohl keine Kurve zu machen ok das hat auch jetzt gefunden ja ist auch einfach eigentlich ist aber die noch abgeschlossen oder ich muss ja frei sein wenn wir kommen der kommende video das haben wir noch nicht nur das haben wir noch nicht und das sieht man auch was wir brauchen die verschiedenen Karten und wie gesagt diese Wurzeln haben wir eben schon freigeschalten die Violette dahinten das heißt wir müssen jetzt nur schauen dass wir du kannst doch ja ich hoffe weil dann kriegen wir auch die E-Place falls man es irgendwo braucht dann werden wir halt bei der einfachen Level die noch nachholen und das Bändisch ist kann man aber ich will ihn genau hin wie macht man das am blödsten muss man dann in einem Zug es ist jetzt nicht so schwer natürlich es gibt schon Grund warum das Bandage da ist und nicht irgendwo anders in dem Level ist es sicher die schwerste Stelle wenn man es verstecken kann Prozent Prozent machen wir es noch mal auf E-Place ich glaube das kann man recht gut auf E-Place machen du ja lebe ich nochmal ja jetzt verkack ich ihn natürlich warte kann ich das nicht so ja okay geht nicht dein Ernst ach verdammt fast aber so geht's das ist also manche E-Place wollen wir schon holen weil das ist ein relativ macht jetzt hättest du nicht springen müssen aber wir haben ja durchaus ein bisschen Zeit ja ist ja nicht so als hätten wir was zu tun oder so sehr schön kräftig los so so passt das ok warte ok warte ok warte ok ist sie vergewaltigt und so das wäre dafür ok 8 Sekunden kann man dafür brauchen wie viel haben wir gebraucht ja oh das ist knapp gewesen schau schau das machen wir schon noch auf E-Place wenn man da irgendwo mhm ah aber der Ansatz war richtig ja ja E-Place warte das sicher das sicher das sicher urknapp gewesen weil es war schon dieselbe oh ok ok soll es recht sein anscheinend kann man ein Zehntel überziehen oder so ok war alles in allem machbar was braucht man hier für ein E-Place am Anfang haben wir 2 Sekunden ok ich habe gewartet das ist ich denke ja ha 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 ja das war es sehr schön ich versuche das was war bei denen so leicht vorbeizukommen ganz ehrlich da kommt man ruhig schnell hin sehr schön was hat man dafür gebraucht dass wir noch so man es ja um ich will es kurz anschauen mit weil ich habe mir gedacht soll ich denn der Ecke bleiben und dann geht es ja das ist das nie aus ja das war relativ easy also ja nächstes Level A also X X ok Hase ok das war jetzt nicht ganz schwer ok aber ich glaube war da irgendwo ein Bandage ne ich habe keins gesehen auf jeden Fall ne ok das hat so gefunden da ist ein Bandage da ist ein Bandage ja das Larry kenne ich aber ok ok davon gibt es nämlich auch dann noch in der Dark World natürlich auch ein bisschen schwierigere Version wie 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 musst du gleich ups du kannst doch einmal zuerst probieren auf A plus und dann ja ok das Spiel ist gleich auch hat Jusens vorher ganze Zeit gemacht ah verdammt das war knapp das war knapp das war knapp ja das Spiel ist abgestetzt lässt sich sehr gut aufnehmen ich kann es nicht einmal weg geben hallo Fick dich einfach so richtig krass drauf ja fühlt sich Kopfgeld zu hin zu gefügt so fühlt sich also immer da ja Tauuuu. Tauuuu. Tataataataataataataataataaa.